Also, du bist ein Hund. Ich bin Batman. Ich kann echt nicht gut mit Tieren. Ja, ich kann nicht gut mit Menschen. Vermutlich wegen meiner traumatischen Welpenheit. Als Kind wurde mir meine Familie weggenommen. Als Welpe wurde ich meiner Familie weggenommen. Also habe ich mich gestellt. Ich habe meine Gefühle immer unter Kontrolle. Niemand durchbricht meinen undurchdringlichen Schutzwall. Ah, was soll's. Das kann nicht hygienisch sein. Jeden Tag hänge ich mit Zubs ab. Du vererst den Boden, über den er läuft. Genau genommen fliegt er. Batman arbeitet allein. Bis auf Robin und Alfred. Commissioner Gordon, meine IT-Crew, der Typ, den Morgan Freeman gespielt hat. Was habe ich denn hier? Quietsche, Bruce! Quietsche, was? Das ist hoffentlich ein lizenziertes Spielzeug oder ich raste aus.